Das Haus Sachsen-Weimar ist ein deutsches Fürstenhaus, das das Herzogtum Sachsen-Weimar bzw. Sachsen-Weimar-Eisen nachregierte. Es handelte sich um den ältesten Zweig, der Ernestina, die wiederum den älteren Zweig des Hauses Wettin bilden. Erster Herzog des Hauses Sachsen-Weimar war Johann Wilhelm, der zweite Sohn von Johann Friedrich I., den Großmütigen, der bis 1547 Kurfürst von Sachsen war. Dann aber nach seiner Niederlage im Schmalkaldischen Krieg die Kurwürde an seine albertinischen Verwandten verlor. Johann Wilhelm musste 1572 einer Landesteilung zustimmen, mit der der Besitz seines Hauses auf das Herzogtum Sachsen-Weimar beschränkt wurde. Die Familie regierte Sachsen-Weimar bzw. ab 1741 Sachsen-Weimar-Eisen nach als Herzöge bzw. ab 1815 als Großherzöge, bis sie in der November-Revolution von 1918 wie alle deutschen Dynastien ihren Thron verloren. Die Familie existiert heute noch. Ihr heutiges Oberhaupt ist Michael Benedikt von Sachsen-Weimar-Eisenach, ein Enkelsünd des letzten regierenden Großherzogs. Sämtliche Mitglieder des Hauses stammen in direkter Linie von Herzog Johann Wilhelm ab. Herzöge von Sachsen-Weimar, Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach, Chefs des Hauses Sachsen-Weimar-Eisenach seit 1918 weitere bekannte Mitglieder des Fürstenhauses. Bernhard von Weimar, berühmter Heerführer während des Dreißigjährigen Krieges Augusta, Königin von Preußen und deutsche Kaiserin.